Bei mehr steht jetzt Bruno Riedl von den Dresdner Eislöwen. Bruno, ausgeglichenes erstes Drittel mit dem besseren Ende für Regensburg. Was ist für euch jetzt für das zweite Drittel entscheidend? Ja, dass wir hinten schneller rauskommen. Regensburg hat eine extreme Stärke. Vorne die gegnerische Mannschaft festzuspielen. Da müssen wir schneller am Puck sein, da müssen wir schneller rausspielen, mit Speed kommen. Ja, ansonsten denke ich, schaut es trotzdem ganz gut aus von uns. Denke ich auch. Dankeschön für die Kurzanalysung und gute Erholung. Weiter ein gutes Spiel. Danke. Und wir gehen jetzt in die Werbung und dann wieder ins Studio.